Tipp 46. Plane deine Hausaufgaben. Finde den richtigen Start zum Lernen. Oft ist es sinnvoller, nach dem Mittagessen erst einmal eine Ruhephase einzulegen. Um dir anschließend den Start zu erleichtern, solltest du in dieser Pause nichts Spannendes tun, denn sonst wird dir das Umschalten aufs Lernen schwerfallen. Bereite deinen Hausaufgabenstart mit einem Ritual vor. Die erfolgreiche deutsche Biathletin Kathi Wilhelm isst zum Beispiel in den letzten Minuten vor jedem Wettkampf eine Banane, setzt ihre rote Mütze auf und bindet sich einige Male die Schuhe. Und dies bei jedem Start. Damit stellt sie sich hundertprozentig auf den Wettkampf ein. Auch dir können Rituale helfen, dich topfit fürs Lernen zu machen. Überlege, was du vor jeder Hausaufgabenzeit tun kannst, um schnell aus den Startlöchern zu kommen. Du könntest zum Beispiel auch eine Banane essen, eine Flasche Wasser oder Schorle mit einem Glas bereitstellen, ein bestimmtes Musikstück hören, eine gymnastische Übung machen oder das Fenster für eine fünfminütige Schocklüftung öffnen. Nun bekommst du von uns sechs Tipps für deine persönliche Hausaufgabenplanung. Auf Seite 18 im Begleitheft findest du ein Beispiel für eine schriftliche Hausaufgabenplanung. Erstens, beginne mit einer leichten Aufgabe. Ähnlich wie sich ein Sportler vor einem Wettkampf erst einmal aufwärmen muss, so muss auch dein Gehirn nach dem Mittagstief erst einmal richtig in Fahrt kommen. Deshalb solltest du deine Hausaufgabenzeit immer mit einer leichten Aufgabe beginnen. Außerdem erhöht es die Motivation, wenn der Aufgabenberg schnell abnimmt und du nicht gleich an einer schweren Aufgabe hängen bleibst. 2. Plane nie Ähnliches nacheinander ein Planst du ähnlichen Unterrichtsstoff nacheinander zu lernen, zum Beispiel Vokabeln unterschiedlicher Fremdsprachen, dann können Ähnlichkeitshemmungen dazu führen, dass du den Lernstoff schnell wieder vergisst. Wechsle am besten mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer mit sprachlichen Fächern ab. Um dich länger konzentrieren zu können, solltest du zusätzlich zwischen mündlichen und schriftlichen Aufgaben, also zum Beispiel zwischen Schreiben, Rechnen, Lesen, Malen und Zeichnen variieren. 3. Benutze verschiedene Lernkanäle Je monotoner das Lernen, umso schneller sinkt auch die Konzentrationsfähigkeit. Nutze deshalb möglichst viele Lernkanäle. Das macht nicht nur Spaß, sondern verbessert auch die Merkfähigkeit. 4. Lege regelmäßig Pausen ein Dass Pausen wichtig sind, um überhaupt längere Zeit konzentriert arbeiten zu können, haben wir dir bereits erklärt. Wichtig ist, dass du dir schon vor dem Lernen überlegst, wann und wie lange du eine Pause machst und wie du diese Pause sinnvoll nutzen willst. 5. Plane schriftlich Ein bekanntes Motto lautet Vorbereitungszeit verdoppeln, Ausführungszeit halbieren Nimm dir in diesem Sinne ausreichend Zeit zur schriftlichen Planung. Du wirst schnell merken, dass sich diese Planungszeit lohnt, weil du nämlich dann die Hausaufgaben zielgerichteter und auch schneller erledigst. Und 6. Verwende Post-ITs zur Planung Notiere jede Aufgabe und Pause mit der geplanten Zeit auf jeweils einem Haftnotizzettel. Nun bringst du die Zettel in die richtige Reihenfolge und startest anschließend mit den Hausaufgaben. Nach jeder erledigten Aufgabe kannst du das entsprechende Aufgaben-Post-IT zerreißen. So siehst du, wie der Aufgabenberg immer kleiner wird und das motiviert dich zum Weiterarbeiten. Die Planung mit Haftklebezetteln ist sehr flexibel, weil du die Reihenfolge so lange verändern kannst, bis deine Planung steht. Natürlich darfst du deine Planung auch auf einem Blatt Papier vornehmen und schließlich alle erledigten Aufgaben durchstreichen oder abhaken. Vielen Dank.